Ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, wie Sophia so lange damit gewartet hat, Overs rauszubringen. Denn vor einer Weile haben sie schon mit dem FT3-Mein-Umar nach Recht erfolgreich in der 300-Euro-Liga eine absolute Bombe, einen Preis-Leistungs-Krache rausgebracht. Und ich habe ja schon Videos dazu gemacht, ob es das 32-Ohm Pro-Production-Sample war oder eben die Anfangsverschiene 350-Ohm-Version. Einfach so geile Kopfhörer, die ich nahezu jedem empfehlen kann. Halt nicht jeden, weil den Perfekten für jeden gibt es nicht, gerade für Leute mit kleinen Ohren. Allerdings gerade fürs Geld frage ich mich halt, geht es wirklich noch besser? Für ein kleines bisschen mehr denkt sich Sophia schon, denn für, ich sage jetzt mal, gerade mal 200 Euro mehr, also für 500 Euro gibt es jetzt den FT5. Und das Besondere, zumindest für mich, ist, das ist ein Planar. Allerdings, das ist auch ein Pre-Production-Sample. Das, was ich habe, sieht recht final aus, kann ich allerdings nicht einschätzen, ob sich da noch was ändert. Möchte ich heute allerdings sowieso nur meinen ersten Eindruck teilen. Jetzt nach knapp zwei Tagen, wo ich ihn genutzt habe, so acht bis zehn Stunden, allein am ersten Tag fünf Stunden und das ist immer ein gutes Zeichen, habe ich allerdings fast nahezu am Anfang schon eins bemerkt. Der FT3 im direkten Vergleich zum FT5 klingt fast schon wie eine Blechbüchse. Und es soll nicht negativ gemeint sein gegenüber dem FT3, sondern positiv gegenüber dem hier. Wobei, ich möchte hier das Ganze nicht zu positiv angehen, das Ding zu sehr hypen. Denn ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich brauche da einfach noch ein bisschen Zeit für ein bisschen mehr finale Meinung über ein paar Punkte, weil ich auch gerade bei bestimmten Sachen einfach noch nicht einschätzen kann, wie es sich auf längere Zeit irgendwie auswirken würde. Deswegen möchte ich mir für den Test mehr Zeit nehmen. Allerdings heult euch schon mal einen recht guten Überblick darüber geben, ob denn das Ding überhaupt für euch in Frage kommen würde. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mal kurz mit dem Lieferungfang an. Es gibt einen Case, das sieht dem des FT3 recht ähnlich, sehr robust, passt. Dann gibt es auch wieder ein modulares Kabelsystem. Also es gibt 4.4, dann direkt eben adaptierbar 3.5 und dann eben noch Adapter für 6.3 und 4.3. Also könnt ihr wieder das dann im Prinzip alles anschließen. Dann gibt es noch zwei Pads, zu denen wir kommen. Einmal Velour und dann die ledernen. Und ein Kabel, das meiner Meinung nach einen guten Schritt nach vorne gemacht hat gegenüber der 350 Ohm Version. Denn das war für meinen Geschmack mit drei Meter zu lang. Qualitativ zwar gut, aber auch ein bisschen verwirrt. Das Pre-Production Sample, das ich hatte, hatte ein recht nice Kabel, war das allerdings recht steif. Sieht das, das FT5, dem allerdings recht ähnlich. Ist allerdings nur ein gutes Stückchen flexibler, wirkt ein bisschen edler. Allerdings hat es auch so ein bisschen Eigenleben. Also ab so einem bestimmten Winkel kriegt es dann irgendwie so einen Knick. Aber alles in allem gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Das Ganze hat auch wieder 3.5 am Ende. Könnt ihr das im Prinzip dann hier reitschenken oder eben auch austauschen, wenn ihr wollt. Mit 1.40 allerdings gerade für den Desktop-Betrieb vielleicht für manche Leute schon ein kleines bisschen kurz. Okay, hacken wir jetzt mal kurz die Ohrpads ab. Die Velour habe ich nur ganz, ganz kurz genutzt. Denn die haben ähnlich wie der FT3 auch das Problem, dass es für meinen Geschmack, auch wenn sie jetzt ein bisschen größer aussehen, nicht wirklich besser sitzen. Denn ich habe so knapp 6, 6,5 cm gemessen und 4, 4,5. Ja, also ich schlage da gerade an den Seiten außen rum noch ein bisschen an. Von der Tiefe passt es und bequem ist es eigentlich schon. Und jeder, der bei dem FT3 hier zufrieden war, obwohl die ja rund waren, das passt ja nicht so, der sollte hier auch kein Problem haben. Aber gerade bei der 32 Ohm-Version, habe ich ja gesagt, bin ich auf die Lederlinke gewechselt, weil trotz gleichem Ausschnitt aufgrund der Form war da ein bisschen mehr Platz. Und das Gleiche ist eben bei denen hier auch so der Fall. Also die Maße sind im Prinzip die gleichen, die Pads allerdings nochmal deutlich weicher, passt es hier deutlich besser. Allerdings habe ich immer noch so das Gefühl, dass meine Ohren so der Pflaumen so ganz, ganz leicht berührt. Da, wie gesagt, das ist einer dieser Punkte, wo ich einfach noch ein bisschen auf Dauer einschätzen muss, ob ich den wirklich gut finde. Denn wir kommen ja gleich noch zum Komfort, deswegen sage ich da noch was. Designtechnisch, muss ich sagen, glaube ich, wird da deutlich mehr Leuten gefallen, denn der FT3 war manche ein bisschen, ich würde mal sagen, zu modern, zu abstrakt. Geht das hier schon besser. Also das ist ein sehr schönes Video, sieht modern aus, aber relativ klassisch. Sonsten auch wieder ein ähnliches Kopfball, also auch selbsteinstellend, bisschen anders allerdings vom Komfort, dazu kommen wir gleich noch. Es ist hier auch gut gepolstert, das Ganze passt hier, verarbeitungstechnisch wird alles ganz gut. Wobei ich erwähnen müsste, dass, wenn ihr den auf dem Kopf habt, ich weiß nicht, ob man das hört. Ihr hört gerade selbst, wenn ihr ihn mal auf habt, hier im Prinzip schon die Folie des Planars. Allerdings setze ich den jetzt mal auf und komme zum Einpunkt. Der Anpressdruck ist ein kleines bisschen stärker, liegt allerdings daran, dass er erstens mal ein gutes Stückchen schwerer ist. Ich schreibe das Gewicht vielleicht mal hier im Vergleich zu dem FT3 hin. Und deswegen brauche ich ein bisschen mehr Kraft, auch weil die Pads weicher sind und eben anfangs sich ein kleines bisschen stärker schon an den Kopf anpassen. Also die geben eher nach. Dann allerdings ist es von der Tiefe meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Wie schon gesagt, den Rest außenrum muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Gerade von der Breite hätte ich es gerne ein bisschen vielleicht weiter gesehen. Aber wenn man mal sauber aufhört, wenn man sich daran gewöhnt, ist es eigentlich ein sehr, sehr bequemer. Allerdings gehe ich definitiv nicht in Richtung super. Ein gutes Stückchen besser als ein Aneinander oder Konsorten. Also im Vergleich zu dem FT3 mit den Velour-Pads ist es ein riesiger Schritt nach vorne. Und im Vergleich zu den Ledernen auch ein mehr als ordentlicher. Alles in allem, also auch gerade die Gewichtsverteilung, gerade für das gesteigerte Gewicht, was ihm allerdings auch meiner Meinung nach ein edleres Feeling gibt, schon sehr, sehr gut. Also da sehe ich das nicht mehr unbedingt als negativen Punkt. Es gibt welche, die machen das noch besser. Aber es sind nicht so viele. Weil gerade die Pads sind super nice und weich. Und eben das Kopfband ist halt immer noch so ein Ding. Manche wollen ein fixes. Das funktioniert wirklich sehr gut. Aber selbsteinstellend ist es einfach so. Ich denke mal so eine Glaubensfrage. Manche sind dafür. Manche sind einfach generell dagegen. Isolation und so muss ich glaube nicht besprechen. Ist ja ein offener. So, in Richtung Klang möchte ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Wie gesagt, da brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen kratze ich das Ganze eher grob an. Bühne. Sie ist jetzt nicht die Größte. Sie klingt schön offen. Meiner Meinung nach eher intim. Und ich mag sowas eigentlich. Deswegen habe ich kein Problem. Ich habe allerdings gerade im Vergleich zu dem Aya Organic, den ich vor kurzem hatte, bei weitem nicht dieses Lautsprecherfielen, dieses weite, offene. Das wirkt hier einfach alles deutlich ein Stückchen intimer und eben nicht so spektakulär. Allerdings der Aya Organic kostet 1500 eben auch das Dreifache. Und in Anbetracht dessen, wie nah wir hier herankommen und wie ähnlich die sich auch von der Abstimmung sind. Was mich wirklich überrascht hat. Ist das schon auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Die Signatur, und das ist der nächste Punkt, ist dem Organic auch recht ähnlich. Also man könnte den auf eine Art fast schon so einen Organic Light nennen. Denn der hat im Prinzip auch die, ich sage jetzt mal, etwa so gleiche Schwäche wie der Aya. Denn das war für mich so ein bisschen die Signatur, dass der sowas so leicht rauchiges, das leicht dulles im oberen Mittenbereich hatte, was so ein bisschen leblos klang. Mit allerdings mit EQ, so 1,5, 2 dB in bestimmten Bereichen, so ab 1, 2, 3 K, konnte ich das allerdings komplett beheben. Hier ist es halt so, dass wir jetzt nicht direkt diesen Schleier haben, sondern so ein leicht dunkleres Feeling. Und mit einem ähnlichen EQ, wobei ich da noch ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte, kann ich das auch gut kompensieren. Ich kriege es nicht ganz so perfekt hin wie bei dem Aya. Denn da habe ich das komplett behoben. Hier, dadurch, dass wir eben gar, ich würde mal sagen, gar nicht einen Schleier hatten, sondern was dunkleres, konnte ich dieses Dunkle nicht ganz wegbekommen. Für meinen Geschmack allerdings. Aber übrigens, gerade für die meisten, für denen auch der FT3 einfach zu hell war, zu grell, und deswegen klingt der im direkten Vergleich eben auch schon wie eine Büchse, klingt der deutlich runder, deutlich homogener, deutlich smoother. Also gerade obenrum und gerade durch die Bühne. Das klingt alles sehr, sehr umhüllend, sehr, sehr eindeckend, sehr, sehr nice. Jetzt halt nicht richtig groß, aber in Verbindung mit dem Bass. Und da muss man eben auch die weichen Pads erwähnen. Denn hier gibt es sehr viel Vibration und eben Pumpen auf den Ohren. Und das ist eine Sache, die gefällt vielleicht manchen besonders gut. Also gerade bei mancher Musik war es mir fast schon ein bisschen zu heavy. Das kenne ich so ähnlich auch eben von den Hi-Fi-Mans. Gerade allerdings bei dem Aya noch mal ein Stückchen extremer. Aber beim Bass müsste ich halt sagen, sehr riesen Schwung mit einem sehr, ich sage jetzt mal, wuchtigen Impact. Allerdings dann sehr, sehr smooth endend. Also das ist ein sehr relaxter, chilliger. Daher nicht mega spektakulärer, sondern eher so... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Bei relax ist es nicht, aber er macht saumäßig Spaß. Er ist irgendwie so sehr, sehr angenehm. Allerdings eben präsent und geil. Also wie gesagt, dem Test komme ich da noch ein bisschen eher zu, aber super, super nice. Mitten auch wirklich cool. Also die Vocals haben sehr, sehr viel Volumen, sehr, sehr viel Fleisch, sehr, sehr viel Kraft. Die Tonalität allerdings, ähnlich auch schon wie meiner Meinung nach bei dem Organic, ist jetzt nicht super natürlich neutral. Also gerade wie im Vergleich zu einem Sundara oder auch im Vergleich zu dem. Der ist definitiv deutlich musikalischer. Da auch obenrum ein kleines bisschen verhaltener. Nicht, dass jetzt Details fehlen oder sonstiges, aber deutlich smoother, deutlich runder, angenehmer, harmonischer. Und deswegen ist das nicht nur ein perfekter Chill-Kopfhörer, sondern ein Genießer-Kopfhörer. Weil der nimmt das einfach nicht alles so ernst. Der gibt euch das vielleicht nicht eins zu eins da. Also dieses Analytische hat der Null. Das ist für mich, gerade im Vergleich zu einem, in Verbindung mit einem Hi-Fi-Man-Amp, also E400 oder so, glaube ich, eine supergeile Kombo. Weil der halt so angenehm ist, so ruhig, aber auch halt vielleicht nicht ganz so spritzig, ganz nicht so dynamisch. Also super Auflösung und so weiter hat er, aber er packt nicht ganz so, wie jetzt zum Beispiel ein Organic, der eben EQ-t war, oder auch zum Beispiel ein Ananda, Nano, oder auch wie der. Der ist beruhigter. Und das soll nicht als negativer Punkt sein. Das ist halt einfach nicht so ein In-Your-Face-Kopfhörer wie manch andere. Das ist ein harmonischer, das habe ich schon oft genug, glaube ich, gesagt, Genießer-Kopfhörer. Allerdings mit dem Potenzial mächtig, Fun zu machen. Allerdings jetzt, er ist alles andere als vordern, also mega lange hörbar auf lange Zeit. Und deswegen, das ist so ein Punkt, wo ich einfach noch nicht ganz einschätzen muss, weil ich da auch in Q ein bisschen spielen möchte. Denn mir ist ab Werk ein kleines bisschen zu dunkel. Ich habe da eine Weile drauf gestanden, allerdings habe ich auch das Gefühl, dass mir viele Kopfhörer mittlerweile dunkler vorkommen. Also gerade auch zum Beispiel mein M1570 oder noch stärker der Sundara. Als ich den noch in der Silver-Version getestet habe, kam der mir recht hell vor. Dann hatte ich ja hier den normalen und eben auch den neuen. Da kam der mir schon deutlich wärmer. Und als ich den die Woche nochmal getestet habe, klang der mir auf einmal schon fast zu bassig warm. Und das Ding ist ja mega neutral. Und deswegen wirkt der mir vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung gehend. Aber wie gesagt, im Vergleich zu einem Ananda, zu einem Aya, zu einem FT3 und so weiter, werde ich mir noch deutlich mehr Zeit nehmen. Allerdings, gerade weil ich den auch noch da habe, ich werde vielleicht irgendwann nochmal einen Tester zu machen. Der Sifka Luan, der ist zum Beispiel auch super smooth und ein bisschen weich und rund. also ansatzmäßig wie der, aber der hat bei weitem nicht dieses Packende. Der wirkt so ein bisschen leblos, fast schon ein bisschen langweilig einschläfernd. Der wirkt halt, ich sag mal so soothing, dass ihr schon fast einschlaft. Im absolut positivsten Sinne. Also der ist schon so entspannend. Also das ist ähnlich wie damals, als ich es glaube bei dem Odyssey LCDX gesagt habe, wo ihr abends nach einem gestressten Tag irgendwie euch hinhockt und einfach nur abschalten wollt. Einfach nur Musik genießen wollt und die Welt irgendwie hinter euch lassen wollt und Musik genießen wollt. Dafür ist der richtig geil. Und 500 Euro, sag ich jetzt schon mal direkt, ist im Vergleich zu dem hier für 300 relativ gesehen nochmal ein besseres Schnäppchen. Denn 200 Euro wirkt, ist nicht wenig, natürlich verstehe ich schon, aber für das, was ihr mehr zahlt, einfach nochmal so viel besser. Denn ich war geschockt, als ich den im direkten Vergleich gehört habe. Der wirkte so blechern, so hohl. Und wenn man den dann ein paar Minuten hört, dann erkennt man natürlich, was wieder geil dran war. Wenn man dann zu dem wechselt, wirkt der halt schon fast ein bisschen vermummt, dull, bis man sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnt. Aber der direkte Sprung ist heftig. Also noch größer als vom Aya Organic zum Ananda Nano. Weil da war schon auch dieses teilweise blecherne, wo der Ananda Nano Nullblechern ist. Möchte ich allerdings auch schon mal sagen, wer sagt, das hört sich ja alles cool an und so weiter, aber 500 Euro Liga, muss ich persönlich so sagen, mit dem Aya Organic kann er nicht mithalten. Aber der kostet dreifache. Und wenn ich jetzt überlege, da ist noch 1000 Euro Luft. Also wenn da jetzt, wenn wir jetzt vom FT3 zum FT5 schon die Steigerung irgendwie mit einbeziehen, da jetzt vielleicht noch irgendwann nochmal ein FT7 oder irgend sowas erscheint. Sagen wir mal für 800, 900 Euro. Ich glaube, da muss ich die 1500 Euro Liga echt stark anziehen. Denn wenn ich sehe, was die in der kurzen Zeit geschafft haben, für 200 Euro nochmal drauf zu packen, möchte ich nicht wissen, was die nochmal in der Liga höher schaffen. Ich bin mir allerdings relativ sicher, also ich weiß jetzt nicht genau, wie erfolgreich der auf dem Markt angekommen ist, aber der muss nochmal einiges besser ankommen. Einfach, weil er, glaube ich, deutlich massentauglicher ist. Vom Komfort für mehr Leute, eben auch mit größeren Ohren. Einfach auch mit der Abstimmung, die, glaube ich, viel mehr Leuten zusagt. Die war manchen schon ein bisschen vielleicht zu neutral, ein bisschen zu grell. ist das eine, wo ich einfach aufgrund dessen, weil ich ja weiß, wie beliebt der Aja ist und der eben mit einer ähnlichen Abstimmung, daher kommt einer, wo ich weiß, da werden die Leute sich nachreißen, die werden sabbern, die werden den haben wollen, weil für das Geld so einen klang. Aber, 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 ich komme jetzt ein bisschen runter. Wie gesagt, ich wollte es nicht zu sehr hypen, weil es gibt ein paar Punkte, wie schon erwähnt, eben der Langzeitkomfort, da muss ich mir noch ein bisschen ein Bild drauf binden, auch mit dem Kopfband. dieses Dunkle, ob ich das vielleicht für mich persönlich noch ein bisschen, sage ich mal, heller kriege und so weiter und so fort. Die Bühne, wo sehr gut, aber halt nicht super ist. Aber hier muss ich halt auch sagen, ich habe diese super Bühne vom Aja noch im Kopf. Und deswegen vergleiche ich da noch immer ein bisschen zu sehr mit dem. Aber, wenn ich den Preis halt in Relation sehe, ist das einfach nicht fair gegenüber dem hier. Aber, ja, also wie gesagt, behaltet es den ersten Eindruck hier erstmal unter Vorbehalt. Ich werde den jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen genau unter die Lupe nehmen, auch im Vergleich zu ein paar anderen, auch zum Game, nur in allen anderen möglichen Szenarien, damit ich euch eben bestmöglich eben sagen kann, was ich euch jetzt sagen werde. Absoluter Kauf. Absolute Kaufempfehlung. Yes. Nein, ich sehe meine Aufnahmezeit gar nicht. Aber ich würde sagen, es ist definitiv lang genug, dass ich das Video hiermit beende. Falls es euch gefallen hat, Like, Comment, Lupehudelei, definitiv, ah, passt schon. Bis nächstes Mal. Ciao.